Hallo, dies ist eine Videofrage von den superintelligenten und gutaussehenden Dr. Allwissend. Lieber Dr. Allwissend, meine Frage lautet, warum ist mein linkes Knie kaputt, während das rechte Knie noch ohne Probleme funktioniert? Und jetzt kommt das Konfuse an der Sache. Mein Arzt sagt, das liegt an meinem Alter. Demnach müssten ja auch beide Knie kaputt sein, denn es sind ja auch beide Knie gleich alt. Ich freue mich auf die Lösung dieses beschissenen Rätsels. Für alle, die Dr. Allwissend noch nicht kennen, tue ich unten den Link in die Beschreibung. Bis dann, euer Mr. Haftgräme. Ciao! Vielen Dank fürs Abonnieren, Kommentieren und Bewerten. Euer Mr. Haftgräme. Ciao!